Hallo? Die Sicherheitsvorkehrung finden Sie in der Vordertasche Ihres Vordersitzes. In der Rücktasche Ihres Vordersitzes. Ähm, die... wie nennt man die nochmal? Die Sauerstoffmasken fallen von... Man nennt die immer aus... Oh Gott, Entschuldigung. Bitte legen Sie Ihre Sicherheitskurve an und stellen Sie Ihre Rücklehnen senkrecht. Tini, du hast ein Mikrofon. Die Notausgänge, Tini. Befinden Sie. Tini, du hast ein Mikrofon. Ja, man muss sie mich nicht hören. Sehr geil. Tini, die Lüge... Anische Kramer bitte an Bord, äh, on Bord. Check in. Doch, wir hören wieder Spiegel. Ja, wir können voll heißen Spiegel. Spiegel-Session. Ja. Heyo. Was los? Sicherheitshinweise? Oh, ich seh den noch total kaputt. Mein Spiegel. Ja, zeig mir, dass ich zehn bin. Ich bin wieder lange drin. Ich leide, meine ganze Welt. Tremel, ist also Flachzeugen drin? Jo! Ein Flückenkonzert heute! Jo! Ey! Einen Applaus für René, für seine erste Fahrt heute. Wo ist der Papier? Wer am Steuer sitzt. Franchini und Bier. Oh, das ist ein Kammer, Alter! René, ist der Franchi-Kranken von Chini und Bier? Oh, das ist so. Hallo. Dabei soll ich das wissen, ich bin gerade jetzt... Guten Morgen. Das haben wir gestern schon gesagt. Das hat er in der Apotheke. Morgen! Morgen! Guten Morgen! Ich bin gerade mit Dören. Die Ausgänge befinden sich an den Seiten. So? Die sind gekennzeichnet durch die Arme für den Füßen. Am geilsten, wenn die dann da immer schön mit den Sicherheitskunden machen. Die Sicherheitskunden? Hast du auch einen Talisman? Ja, bin ich gekennzeichnet. Und bringt es dir Glück? Ja, wir haben ja drei Minuten. Hast du auch einen Talisman? Ja, wir haben ja drei Minuten. Aber am besten ist echt, wenn die dann da immer schön mit den Sauerstoff machen. Voll die runter. Ziehen Sie dich zu Mund und Nase. Ach, das ist super. Und wenn Sie dann mit den Schwimmwesten kommen. Ja, einfach. So, viererrecht. Äh, hier muss der Animateur stehen. Siehst du eigentlich, dass Vanessa die Haare gestürzt hat? Also, ich hab gestern hier noch so ein Haar gesehen. Also, ich hab gestern hier noch so ein Haar gesehen. So, zu Ihrer Rechten sind die Grüngebäude vor der NSV-Verwaltung. Auch genannt. Soll ich mal den Krieg zeigen, den ich meinte? Warte, sie sind gleich da. Also, ich meinte jetzt genau, wenn du an der Verwaltung so vorbeifährst. Dann hier. Jetzt sind geradeaus weiter. Okay. Okay. Dann kommt der Herr Gesporthall und am Teich vorbei. Das ist goingsher schon. nur noch mal durch das Spiel. Ich weiß nicht mehr, als würde sie irgendwie vergessen. Wenn ihr gut fühlt sich место. Vielen Dank.